Der Kundir ist bei mir... Hahahaha Wenn ich jetzt auf halbe... Nein, das sag ich jetzt nicht. Nein, da geht's nichts rassistisches und schlechtes Kundir. Das ist doch sehr wie im Kommen. Nein! Nein! Kundir! Hahahaha Es wird immer besser, ich schwör. Es wird immer besser. Es wird immer besser. Waaah? Waaah? Was ist denn da so schlimm? Was ist das so schwierig? Ich dachte, dass du so ein Spetal auskommst. Ich weiss nicht, wer war ich. Willen Namen redet ihr? Nein, ich weiss nicht, wer war ich. Willen Namen redet ihr? Kundir! 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 Oh mein Gott, ich hab Tränen, Mann! Wie meinen Namen meinen du jetzt? Kundir! Ich hab's so verpasst! Ey Jungs, warte mal! Aha! Ich hab grad gedacht, ich kann da reinwenden. Kundir! Halt, schnau du! Ey, wo du es nachher der Tagordnung sagst? Es ist schon verraten, der kann noch laufen. Nein! Du hast jetzt scheiss... Alter, ich hab's auch nicht spielen. Ich hab's auch nicht spielen. Hahahaha! Kundir! 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 Oh, fuck, Mann! So geil! Ich hab einen fucking Nutz dazu in den Planeten! Hahahaha! Hahahaha! Broder, der ist jetzt grad vor mir gelegend, ich kann nur einfach reporten. Aber im Schluss, ich dachte, ich reporte einfach. Wer ist es? Rechts gewesen. Wo bist du überhaupt? Wo der rechts... Äh, wenn ich für den Storage... ...der erste Raum rechts vor der Tür... Oh, ich hab Tränen, Bro. Also du meinst, äh... ...nit Navigations. Gendron, das ist doch dort, wo wir gewesen sind, jetzt doch, nicht? Ich bin jetzt gleich Richtung Admin gelaufen. Storage. Ja, ich bin jetzt... Storage. Ja, für Storage ist der Admin. Digger, Händenflanken wollte! Scheisse, Mann! Oh, fuck! Bitte, Broder! Gendron! 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 Wieso, jetzt ist doch Gendron! 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 Also, wenn wir... Ja, Gendron! 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 Gendron, komm mal, jetzt bitte! Gendron! Also, Kobi! Fakt ist, das sind sicher mal 4 Leute... Ja, ja, du hast von ihm in Klavier... Warte, 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 warte... Das sind sicher 4 Leute rechts gewesen... Ich, du, Gendrim und Stefan habe ich hundertprozentig gesehen. Ja, ja. Ich bin auch zuerst rechts gewesen, dann bin ich aber hundertprozentig gelaufen und bin richtig elektronisch gelaufen. Dich habe ich nicht gesehen, den Eddy habe ich da auch nicht gesehen. Ja, und du hast schon genau die Leiche gelaufen. Ich habe Gendrim gesehen. Auf dem Weg, wo du beschrieben hast, hast du schon die Leiche gelaufen. Der Schiff war unter Gendrim. Der wollte mich doch aus, Alter. Ich habe gerade gesagt, der Stefan unter dem Gendrim, nicht mal deinen Namen, und er hat gesagt, ich habe dir gut geniessen. Du wirst zeigen, der durchlaufende... Auf deinem Weg? Ja, wo denn ihm im Weg? Egal. Ich habe keine gesehen. Sag mal wo. Ich check auch nicht mehr. Ja, ich habe nie etwas verstanden. Pfff! Pfff! Ich kippe aufs Azi! Alter! So! Dass dir nicht gegen ein tamilisches Lachen im Hintergrund, Alter! Alter, du bist gerade gekommen, oder? Oh! Scheisse! Dir hast du ja auch gar nicht gehofft. Ja, dann muss ich aufmachen. Ja, bei mir ist sie offen. Ich kippe aufs Azi! Pff! 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 Möcht! Der weil ich den Geist rum, hä! Ist der Geist auf der Fall rum? Nein, ich habe einfach nicht schreit gehört von hinten, weil ich nicht gesagt habe, dass ich es gesehen habe. Aber der war so der eine Audio, Alter. Also ich habe jetzt nur knapp geschreit. So geil. Hat ich gerade alles? Es hat gefühlt, wie das von hinten kam. Ich weiss ja, wie es sich anfühlt, wenn einer von hinten kommt, Bruder. Aber schön, dass du das weisst. Ja, nein, der Audio halt. Verdammte Scheiss. Ja, ja, der Audio. Ja, ja, der Audio. Der Audio. Wir kennen aber doch der Audio. Ja.